Update am Montag, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Streaming-Woche hier bei DERCHO TV. Ganz herzlich willkommen. Die News-Show heute am 22. April 2024. Wir reden schon wieder über einen Spionagefall in Deutschland. Diesmal hat China damit was zu tun. Und wir reden unter anderem auch noch über die Embracer Group, die sich nämlich aufspalten wird. Ja, diese Meldung ist auch heute an diesem Montag eines der Top-Themen, nämlich im Bereich der Gaming-Welt gewesen. Und es ist immer noch das alles und viel mehr jetzt hier bei Update am Montag. Und damit willkommen zur News-Show am Montagabend. Ja, Top-Themen mal wieder hier am Montag. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, dass unter anderem nämlich der Stream-Deck so ein paar Minütchen vorher wieder am Spinnen ist. Und dann wieder läuft. Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Ja, nach dem spontanen Stream, der gestern, heute wieder ein geplanter, genauer gesagt, geht es ja über die komplette Woche hinweg wieder neue Streams. Ich habe da komplett vergessen, euch mal zu sagen, es gibt einen Wochenplan, der seit heute Mittag ja schon veröffentlicht wurde. Also könnt ihr da gerne mal reinschauen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Die News-Show, wo es nur um die News des Tages geht und nicht über die Meinung, sagen wir mal, des Streamers, die beginnt jetzt. Und wir reden mal wieder über Spionage. Denn die Bundesanwaltschaft hat heute nämlich mitgeteilt, dass man nämlich drei deutsche Staatsbürger wegen des Verdachts der Spionage für China nämlich festgenommen hatte. Der Generalbundesanwalt teilte heute mit, dass die Beschuldigten dringend verdächtig seien, seit einem nicht genauen bestimmten Zeitpunkt von Juni 2022 für einen chinesischen Geheimdienst tätig zu sein. Ja, es handelt sich dabei um einen Mann und um ein Ehepaar nämlich, dessen Namen möchte ich jetzt auch entsprechend nicht sagen, sowieso die Nachnamen sind eh zensiert, aber die möchte ich eh nicht sagen. Die drei sind nämlich aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs in Düsseldorf und in Bad Homburg festgenommen worden, also sowohl in NRW als auch in Hessen. Ja, einer der drei sei ein Agent für einen Geheimdienstmitarbeiter in China nämlich gewesen und habe im chinesischen Auftrag auch Informationen zu militärisch nutzbaren, innovativen Technologien nämlich beschafft. Und dazu habe er sich mit dem Ehepaar nämlich bedient oder sich beim Ehepaar nämlich bedient, dass nämlich in Düsseldorf eine Firma nämlich betreibt, so die Bundesanwaltschaft in ihrem Statement. Die Firma, die diente dann als Medium zur Kontaktaufnahme und zur Zusammenarbeit mit Vertretern aus der deutschen Wissenschaft und der Forschung. Und die Eheleute hätten über diese Firma, über diese Firma ist nur eine gewesen, auch ein Kooperationsabkommen mit einer deutschen Universität zum Wissenschaftstransfer geschlossen. Also ging es groß her. Dabei sei es in der ersten Phase um die Einstellung einer Studie für einen chinesischen Vertragspartner zum Stand der Technik von Maschinenteilen erstmal gegangen. Und die dann aber auch, die unter anderem halt für den Betrieb von leistungsstarken Schiffsmotoren, Kampfschiffen zum Beispiel, halt auch von Bedeutung gewesen sind. Und hinter dem Vertragspartner hat aber der chinesische Geheimdienstmitarbeiter nämlich gestanden, für den der der Auftraggeber, beziehungsweise der Auftraggeber der einen Person nämlich gewesen ist. Außerdem hätten die drei auch im chinesischen Auftrag nämlich einen Speziallaser sich nämlich angeschafft. Und ohne überhaupt eine Genehmigung zu kommen, haben sie diesen einfach mal nach China exportiert. Ja, also einfach mal den Laser, der sagen wir mal noch keine Genehmigung dafür bekommen hat. Egal, verschiffen wir nach China. Keine Ahnung wie, nehmen wir irgendwie, weiß was ich was. Einen alten Traktor. Der bringt ihn schon hin, so kann man das sagen. Ja, nach Angaben aus Karlsruhe wurden sie heute, beziehungsweise morgen dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Und dieser Fall klingt eigentlich auch schon so ein bisschen komisch, denn vor allem vergangene Woche nämlich, da gab es ja auch hier schon eine Newsshow, da habe ich nämlich auch drüber berichtet, sind nämlich in der letzten Woche zwei Deutschrussen, zwei Russlanddeutsche nämlich in Bayern wegen des Verdachts ebenfalls auf Spionage. Aber da im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg nämlich festgenommen worden. Und die Sicherheitsbehörden waren ja auch schon seit Monaten davor, dass es nämlich verschärfte Spionagetätigkeiten aus Russland und aus China nämlich gegeben hat. Und der Verfassungsschutz hatte auch die wegen Spionageverdachts für China festgenommenen deutschen Staatsangehörigen jetzt auch nach eigenen Angaben länger im Blick gehabt. Sowas kommt halt nicht immer in die Öffentlichkeit, stört halt auch einfach nur den Ermittlungen. Das muss man auch ein bisschen akzeptieren. Also man darf nicht alles wissen, aber man könnte vielleicht alles essen. Und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der sagte heute bei einer Tagung seiner Behörde in Berlin auch noch, Zitat, Wir sind als Verfassungsschutz diesen Beteiligten schon sehr frühzeitig auf die Spur gekommen, haben deren Verhalten und Aktivitäten weiter überwacht. Ja, und es handelt es sich dabei auch um einen Ermittlungserfolg des Bundesverfassungsschutzes. Und zu den Fällen sogenannter Proliferationen, so heißt es nämlich, kommt es immer wieder, so der Verfassungsschutzpräsident. Und der Begriff meint die unerlaubte Weitergabe von militärischem Geheimmaterial oder generellen Materialien oder der dazugehörigen Technologie oder auch relevanten Wissens. Und solche Fälle gibt es halt in Bezug zum Iran, zu Nordkorea, aber auch zu Russland und halt auch zu China. Und Beteiligte stecken viel Energie in diese Verschleierung bei diesen Aktivitäten, indem sie zum Beispiel halt einfach Scheingeschäfte machen, Güter falsch deklarieren oder halt auch Mittlerfirmen für die Ausfuhr halt einfach auch ausnutzen. Das gehört halt dazu. Und dazu sagte halt auch der Verfassungsschutzpräsident und mit einem solchen Fall haben wir es auch hier wieder zu tun. Und das ist ja natürlich, wie gesagt, auch nicht der erste Erfolg des Verfassungsschutzes. Es gab auch immer wieder solche Erfolge, die der Bundesverfassungsschutz immer wieder, sagen wir mal, melden konnte und es auch immer wieder funktioniert hatte. Kommen wir dann zum Cum-Ex-Skandal. Ja, was ist Cum-Ex eigentlich? Die Cum-Ex-Geschäfte, das sind ja eigentlich eine Form der Steuerhinterziehung, bei dem ja Aktien um den Stichtag der Dividendenzahlung hin und her gehandelt werden. Also mal mit und mal ohne Dividendenanspruch daher auch Cum-Ex. Und dieses Vorgehen wird so oft wiederholt, dass die Behörden halt auch nicht mehr dann entsprechend hinterher kommen. Und so ist es zum Beispiel den Finanzinstitutionen auch möglich, sich eine auf Aktien-Dividenden gezahlte Kapitalsertragsteuer mehrfach erstatten zu lassen. Und das ist einer der größten Steuerbetrügereien überhaupt in der Bundesrepublik. Und nun kam heute überraschend die Meldung, dass die Chefermittlerin in diesem Cum-Ex-Skandal, Anne Brohr-Hilker, jetzt gesagt hat, ich mache nicht mehr. Ja, sie hat unter anderem aber natürlich auch nicht nur gesagt, dass sie nicht mehr machen will, sondern dass sie auch noch direkt gesagt hat, hey, ich habe aber meine Probleme mit dem ganzen Kram. Denn sie habe um ihre Entlassung auch, wie gesagt, erstmal aus dem Beamtenverhältnis gebeten. Das bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Köln, der dpa. Vorher hatte der WDR darüber erstmal berichtet. Und zu den Gründen hat sich die Behörde selbst überhaupt gar nicht dazu geäußert. Also warum überhaupt sie jetzt gegangen ist oder nicht, das steht nicht bekannt. Sie selbst spielt ja auch oder hat ja auch eine zentrale Rolle bei den Verfolgungen von den Cum-Ex-Steuerbetrügern halt auch, wie gesagt, eine Rolle gespielt. Gegenüber dem WDR hatte sie aber dann auch erklärt, dass sie mit der Weise, wie halt in Deutschland die Finanzkriminalität verfolgt werde, nicht zufrieden sei. Und oft werden dabei, so heißt, so sagte sie, dass Täter mit viel Geld und guten Kontakten auf eine schwache aufgestellte Justiz getroffen, trifft, trifft sich dann halt. Und die Politik habe elf Jahre, nachdem ja die ersten Cum-Ex-Fälle nämlich bekannt geworden sind, immer noch nicht hinreichend reagiert. Steuerdiebstähle sind noch lange nicht gestoppt worden und es gäbe auch Nachfolgemodelle zu diesen ganzen Cum-Ex-Geschichten, sagte sie. Und grundsätzlich da halt einfach fehlende Kontrollen, was bei Banken und auch bei den Aktienmärkten dann überhaupt geschehe. Ja, unter ihrer Führung sind rund 120 Cum-Ex-Ermittlungsverfahren gegen 1700 Beschuldigte in Köln halt alleine ermittelt worden. Und durch den Cum-Ex-Betrug, der seine Hochphase zwischen den Jahren 2006 und 2011 hatte, ist auch der deutsche Staat schätzungsweise um einen zweistelligen Milliardenbetrag geprellt worden. Also Steuergeld in einem zweistelligen Milliardenbetrag, davon könnte Christian Lindner wirklich nur träumen. Der Cum-Ex-Betrug, der gilt auch einer, wie gesagt, das habe ich schon gesagt, einer der größten Steuerskandale überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik. Und jetzt hatte, sie hatte, also Bolliker selbst hatte ja diese Fälle seit 2012 untersucht, also nachdem die Hochzeit der Cum-Ex-Geschäfte schon vorbei war. Und während ihrer Haupt-, also während ihrer Amtszeit wurde auch die Schlüsselfigur in diesem ganzen Skandal, Hanno Berger, entsprechend verurteilt. Ja, erst im Januar 2012, also vor zwölf Jahren nämlich, griffen ja Gesetzesänderungen natürlich ein und da wurden dann die Deals dann entsprechend ein Regel vorgeschoben. Aber bei dem Verwirrspiel erstattete der Fiskus unwissentlich Steuern, die gar nicht erst mal gezahlt worden waren. Also die, also es wurde Steuergeld wirklich zurückgezahlt, wofür überhaupt noch gar nichts erst mal eingesetzt wurde, was schon auch ziemlich heftig ist. Und das hat natürlich unter anderem auch dafür gesorgt, dass ja zum Beispiel halt der Staat halt mit sehr, sehr viel Steuergeld, ja, geprellt wurde. Heftig, ne? Ja, heftig. Gleich bei Update sprechen wir über die Embracer Group, die, der schwedische, das schwedische Spieleunternehmen spaltet sich auf in drei Unternehmen. Welche das sind und wie das jetzt alles aufgeteilt wird, das erfährt ihr gleich. Wir reden außerdem gleich noch bei Update über den neuen Sportgeschäftsführer, nämlich Lars Ricken wird das nämlich sein. Er wird die Nachfolge von Aki Watzke nämlich antreten. Jetzt aber erst mal weitere Kurznachrichten in der Übersicht. Update kompakt, bitteschön. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Mittwoch den britischen Premierminister Rishi Sunak zu einem Gespräch in Berlin. Themen des Treffens sollen neben den beiderseitigen Beziehungen auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage im Nahen Osten sein, wie Regierungssprecherin Christiane Hoffmann mitteilte. Für Sunak, der bereits seit Oktober 2022 regiert, ist es der Antrittsbesuch in Berlin. Zudem hatte er die Außenpolitik fast vollständig seinem Außenminister David Cameron überlassen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses zu neuen Militärhilfen für die Ukraine begrüßt. Das ist auch ein wichtiger Moment für die Sicherung der europäischen Friedensordnung, sagte sie. Sie appellierte an die EU-Staaten, weitere Patriot-Systeme zu liefern. Jedes weitere Luftverteidigungssystem rettet Menschenleben in der Ukraine, sagte die grüne Politikerin. Daher ist es so zentral, dass wir alle gemeinsam unsere Kräfte genau in diesem Bereich bündeln. Das iranische Außenministerium hat bekräftigt, dass das Land mit seinem Atomprogramm rein zivile Absichten verfolge. Der Iran hat wiederholt erklärt, dass sein Atomprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient. Atomwaffen haben in unserer Nikluar-Doktrin kein Platz, sagte Ministeriumssprecher Nasser Khan. Bei der den Revolutionsgarden für Atomsicherheit zuständige Befehlshaber Ahmet Hakdalab hatte zuvor gesagt, Teheran könnte durch Drohungen Israels dazu übergehen, die Atomdoktrin zu prüfen. Letztes Jahr sind mehr Menschen zu McDonalds, Burger King und Co. gegangen und haben dort mehr Geld ausgegeben. Das bescherte der deutschen Systemgastronomie ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr von 14 Prozent auf 31 Milliarden Euro, wie es aus dem Jahresbericht ihres Bundesverbandes hervorging. Auch im Vergleich zum Corona-Vorjahr 2019 ging es deutlich nach oben. Hier liegt das Plus bei 29 Prozent. Fast die Hälfte der Umsätze entfiel mit 49 Prozent auf den Bereich Mitnahme aus dem Restaurant. Wegen eines Böllerwurfs während des Bundesligaspiels der TSG Hoffenheim in Augsburg im November 2023 ist ein 28-jähriger Hoffenheim-Fan zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Durch die Zündung des in Deutschland nicht zugelassenen Böllers wurden zwölf Menschen verletzt, darunter mehrere Kinder. Es sei kein normaler Pyrotechnik-Fall im Stadion gewesen, betonte der Vorsitzende Richter. Es gehe vielmehr um einen massiven Sprengstoffvorfall, der 26.000 Menschen im Augsburger Stadion in Terrorangst versetzt habe. Der 28-Jährige hat ein Geständnis abgelegt und hat sich mehrfach entschuldigt. Ja, er hat sich mehrfach entschuldigt, ist nicht mehrfach bestraft, so wollte ich das nämlich sagen. Ja, soviel dann zu den Kurznachrichten-Update kompakt an diesem Montag. Mehr gibt es natürlich auch auf derchotv.de unter anderem eine interessante News aus dem Bundesarbeitsministerium, nämlich die heute veröffentlicht wurde auf derchotv.de, wo es nämlich um die Digitalisierung geht. Vor allem sollen Bürgergeldempfänger bald die Möglichkeit haben, ihren Antrag sogar per Handy, also per App möglich zu machen. Ja, es klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber es soll wohl anscheinend auch etwas einfacher gemacht werden. Außerdem natürlich ist bekannt geworden, dass der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes nach dem Anschlag in der radikal-islamischen Hamas jetzt zurücktreten wird. Er wird erst dann aus seinem Amt ausscheiden, wenn ein Nachfolger gefunden ist. Außerdem auch noch mit ein bisschen Verspätung die Tales of Symphonia Session vom Freitag bis jetzt auch online. Ich plane auch im Übrigen den spontanen Stream von gestern. Auch noch die beiden Highlights mit Mario Kart 8 Deluxe und mit Genshin Impact ebenfalls noch auf derchotv.de und natürlich auf YouTube selbstverständlich zu veröffentlichen. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Falls ihr gerade auf YouTube selbstverständlich seid, kennt ihr das Ganze ja, da empfehle ich euch gerne den Twitch-Kanal. Selbstverständlich, ne? Schaut mal rein, montags, mittwochs, freitags und in dieser Woche am Samstag mal wieder live. Und ja, es gibt den WhatsApp-Channel, meine Lieben. Ihr könnt nämlich dort dann auch entsprechende Ankündigungen bekommen und vieles, vieles mehr. Und ja, da könnt ihr selbstverständlich auch mit reinschauen, also reinschauen, einfach den QR-Code scannen oder in den Twitch-Chat Ausrufezeichen WhatsApp eingeben. Ich werde, wie gesagt, in den nächsten Tagen erstmal dann nochmal schauen, wie ich das Ganze in die YouTube-Videos einbaue. Natürlich selbstverständlich mit dem WhatsApp, also mit dem QR-Code einerseits. Da könnt ihr das Video entsprechend pausieren, zurückgehen, pausieren, einscannen und läuft. Oder halt entsprechend im Twitch-Chat unter dem Command Ausrufezeichen Discord ebenfalls dann auch noch mit dabei sein. Ja, apropos Discord, das empfehle ich entsprechend auch. Da findet ihr dann auf YouTube den Link unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise im Twitch-Chat. Einfach den Command Ausrufezeichen Discord. Das Gaming-Thema des Tages beschäftigt sich nicht mit einem Videospiel, sondern mit einem ganzen großen Konzern, nämlich mit der Embracer Group aus Schweden. Ja, man hat in den vergangenen Jahren erstmal viele Spieleentwickler gekauft. Ganze Menge Spiele, Studios und natürlich ein großes, kann man sagen, Imperium aufzubauen, ich weiß es nicht. Dann scheiterte aber im letzten oder im vorletzten Jahr, also in den vergangenen Monaten, ein Milliarden-Deal. Und dann ging es bergab mit Embracer. Die Folge, Stellenabbau, Entlassungen, ja Entlassungen halt, Studioschließungen und Projekte, die eingestampft wurden. Und am Ende steht jetzt sogar auch noch die Aufspaltung jetzt sogar mit drin. Denn aus der Embracer Group, die wir jetzt kennen, sollen drei börsennotierte Unternehmen werden, so heißt es nämlich. Die ersten der neuen Unternehmen wird Asmodee nämlich heißen und wird sich entsprechend dann auf den Bereich der Brettspiele sich nämlich konzentrieren. Also sprich vor allem auf den Verkauf und so weiter. Dann wird es unter anderem das Studio Coffee, also dem Publisher Coffee Stain & Friends nämlich geben. Das wird ein Videopublisher nämlich sein, zu dem dann natürlich auch der namensgebende Coffee Stain Studios sein wird. Auch Tuxedo Labs und auch THQ Nordic mit ihrem Sitz in Wien werden ebenfalls dann in diesem Studio mit da drin sein. Ich habe von drei gesprochen. Der dritte ist nämlich Middle-Earth Enterprises & Friends. So wird es nämlich dann heißen. Das ist dann nämlich der dritte Teil des verbliebenen Stückes von Embracer oder der dritte Teil, der sich von Embracer nämlich dann auch abspaltet. Und wird dann sich darum nämlich vor allem mit dem Publishing, mit den Werken der Herr-der-Ringe-Lizenz sich nämlich kümmern, die ja sich Embracer vor zwei Jahren gesichert hat, aber auch die Tomb Raider und die Dead Island-Lizenzen sollen hier in dem Unternehmen verwaltet werden, so Embracer in einer Mitteilung. Ja, zur Middle-Earth Enterprise & Friends gehören ja aber auch die größten Studios im Embracer-Portfolio. Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Flying Wildhawk, auch 4A Games, die Entwickler von Metro und auch Warhorse Studios, die soeben ja auch mit Kingdom Come Deliverance 2 einen Nachfolger ja präsentiert haben. Und PlayOn, ehemals Koch Media, soll auch ebenfalls zu Middle-Earth Enterprises & Friends gehören. Die Aufspaltung soll den einzelnen Firmen, so sagte das der ja als noch CEO von Embracer, Lars Wingeforce, nämlich ermöglichen, sich stärker auch auf ihre speziellen Märkte zu konzentrieren. Heißt also, dass nicht ein großer Konzern sich auf alle möglichen Bereiche konzentriert, sondern dass die drei Konzerne, die da halt jetzt durch die Aufspaltung entstehen, sich in ihren jeweiligen Bereichen sich damit halt auch beschäftigen und nicht irgendwie ein nächstes Standbein öffnen, um da dann natürlich nicht irgendwie auch noch in Schwierigkeiten zu bekommen. So schrieb er das in einem offenen Brief nämlich folgendermaßen, Zitat, das ist der Beginn eines neuen Kapitels, an dem ich als aktiver, engagierter und unterstützender Anteilseigner alle drei neuen Unternehmen teilhaben möchte. Denn Embracer hat nämlich auch noch bekannt gegeben, dass man nämlich bei den Großbanken jetzt ein Darlehen in Höhe von 900 Millionen Euro nämlich sich holen will. Und damit soll dann das Unternehmen oder die Unternehmen aus der Krise nämlich verhelfen. Laut gameswirtschaft.de ist Embracer noch vor Nintendo und Ubisoft ja einer der größten Arbeitgeber auf dem Videospielemarkt in Deutschland nämlich. Zudem, das habe ich ja schon zu Beginn gesagt, wurden ja massiv Stellen abgebaut, was ja auch die deutschen Studios ja betroffen hatte. Beim Hamburger Studio Fish Labs kam es zu einer Entlassungswelle. Bei Piranha Bytes wurde ja die Belegschaft ja komplett gekündigt. Und international sorgte ja jüngst ja erstmal Embracer dafür, dass man ja für den Verkauf von Gearbox an Take-Two Interactive erstmal für aufsehen, um da natürlich auch nochmal frisches Geld zu bekommen. Also die Pläne, die Embracer vor ein paar Jahren hatte, die sind ja in einen Trümmerhaufen gelandet, als ja der Milliardendeal nicht durchging. Und jetzt wird auch dann das Thema Embracer Group in wenigen Monaten oder in einigen Monaten nicht mehr existent sein. Ihr merkt es, eine recht kurze News-Show heute am Montag hat jetzt nicht geradewegs damit zu tun, dass gleich Game Boy Time mit einem speziellen Event nämlich gleich kommt. Oder Special, sagen wir es mal so. Denn einerseits gab es jetzt auch nicht so interessante News oder wichtige News, die natürlich hier in die News-Show reingepasst hätten. Kommen wir aber zum Sport und schauen auf Borussia Dortmund nämlich. In der Liga, ja da ist man, ich muss mal gerade mal gucken, ich habe nämlich die Bundesliga-Tabelle nicht offen. Wie ist man denn in der Liga bei Borussia Dortmund? Man ist nicht auf 1, man ist auch nicht auf 2, aber man ist gut dabei. Jetzt aber zuletzt gestern gegen den deutschen Meister 1 zu 1 gespielt, aktuell auf Platz 5 mit 57 Punkten, 2 Punkte vor Leipzig. Und ja, und Dortmund stellt sich personell ganz weit oben nämlich neu auf. Die sportliche Führung wird ab Mai nämlich ein bisschen anders aussehen, denn es wird einen neuen Geschäftsführer Sport nämlich geben, der Lars Ricken heißt. Ja, der Champions League-Held von 1997 im Übrigen. Er wird Geschäftsführer Sport bei den Borussen. Sebastian Kehl wird Sportdirektor bleiben. Und auch Sven Mislintat, über den es ja in der Sportwelt vor allem nämlich Meldungen gegeben hat, wird ebenfalls dann beim BVB in den Vordergrund rücken. Ebenfalls ab nächster Woche nämlich schon. Und das teilte der BVB heute Vormittag mit. Der Präsidialausschuss und des Beirats der Geschäftsführung GmbH hat nämlich beschlossen, so heißt es, die Geschäftsführung um eine Position zu erweitern. Also es ist quasi eine Position mehr geworden in der Geschäftsführung. Und somit wird halt der neu geschaffene Posten Sport ab dem 1. Mai nächsten, also in diesem Jahres, also sprich ab nächster Woche Mittwoch, von Lars Ricken geleitet. Und er wird die Lücke füllen, die natürlich Hans-Joachim Watzke nämlich verlassen wird. Er hat ja im Januar schon mitgeteilt, dass er ja seinen laufenden Vertrag bis zum Herbst 2025, also bis Ende 2025 nicht mehr verlängern wird. Und schon angekündigt hat, im Sommer seine Verantwortung im Bereich Sport nämlich abzugeben. Er wird sich also erstmal noch um andere Dinge kümmern, bevor er dann im Herbst nächsten Jahres sich dann komplett aus dem operativen Geschäft von Borussia Dortmund sich zurückziehen wird. Ricken selbst, der ist zuvor Direktor des Nachwuchsleistungszentrums beim Bundesligisten nämlich gewesen. Der ehemalige BVB-Profi, das habe ich ja schon gesagt, ist ja der Torschütze gewesen beim Champions League-Finale 1997. Der bekommt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und der BVB-Präsident Dr. Reinhold Lundhoff, der sagte dazu in einer Vereinsmeldung, genauer gesagt in einer Mitteilung des Vereins folgendermaßen, er hat maßgeblich Anteil daran, dass das Dortmunder Nachwuchsleistungszentrum das Abstand erfolgreichste deutsche Nachwuchsleistungszentrum der vergangenen zehn Jahre ist. Ja, und diese Position, die im Übrigen Ricken nämlich hatte als Leiter des, also als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, schönes Wort, hatte er erst seit 2021, man muss wirklich sagen erst, aber das klingt jetzt schon wirklich lange, drei Jahre. Und davor war er zwölf Jahre lang Nachwuchskoordinator bei den Westfalen. Die Expertise von Lars Ricken, so hieß es weiter vom BVB-Präsidenten, sein großes Netzwerk und die enorme Identifikation mit seinem Heimatklub, mit dem er auch als Spieler große Erfolge feierte, werden die Geschäftsführung bereichern, so hieß es weiter. Und damit wird neben Ricken, also beziehungsweise neben dann Carsten Kramer und Thomas Tress dann die Geschäftsführung des BVB um eine dritte Person erweitert, nennt sich Lars Ricken, so einfach ist das. Die haben aber auch ihre Verträge erstmal verlängert, ebenfalls wie Ricken bis 2027. Und damit bilden sie dann mit Ricken und Watzke auch zunächst ein Quartett in der Geschäftsführung. Wenn sich Watzke zurückzieht, ist es dann wieder ein Trio. Damit steht auch natürlich fest, dass Sebastian Kehl, da gab es auch immer wieder Berichte darüber und Gerüchte, dass Kehl ja eigentlich auch eher Sportgeschäftsführer oder Nachfolger von Hans-Joachim Watzke geworden wäre. Er bleibt aber Sportdirektor. In einer Mitteilung des BVB hieß es bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Sebastian Kehl, wird Lars Ricken im Sommer Gespräche aufnehmen. Und sein aktueller Vertrag, also Gils aktueller Vertrag, läuft noch bis Juni 2025, also noch ein gutes Jahr. Und er galt auch, wie gesagt, als möglicher Kandidat, aber für die Nachfolge von Aki Watzke ist aber jetzt nicht der Fall. Ricken soll jetzt auch in den Tagen nach dem letzten Bundesligaspielen des BVB gegen Darmstadt am 18. Mai offiziell vorgestellt werden. Also am letzten Spieltag dann soll er vorgestellt werden und dann wird er sich natürlich zu seiner neuen Aufgabe auch äußern. Er wird zumindest in der Meldung folgendermaßen zitiert, Zitat, Ich bin überzeugt, dass wir mit der umfassenden Kraft dieses Vereins und der Leidenschaft unserer vielen motivierten Mitarbeiter gemeinsam große Siege erringen und Borussia Dortmund in eine erfolgreiche Zukunft steuern werden. Ja, und ich habe es ja auch schon gesagt, Sven Mislintat nämlich, der wird ab nächster Woche ebenfalls seine Arbeit nämlich antreten als technischer Direktor des BVB im Bereich Kaderplanung. Vor allem Schwerpunkt Kaderplanung wird nämlich dann sein Bereich sein und in dieser Funktion wird er dann auch direkt an Lars Ricken berichten. Mislintat ist ja kein Unbekannter beim BVB, er war ja schon zwischen 1998 und 2017 in verschiedenen Positionen bei den Schwarz-Gelben tätig, zuletzt ja als Direktor Profifußball. Und in dieser Zeit war Mislintat ja auch als Chef-Scout nämlich da und hat unter anderem auch für die Entdeckung von zum Beispiel Spielern wie Shinichi Kagawa und Jadon Sancho, ja sagen wir mal, seine Finger im Spiel gehabt und zuletzt war nämlich Mislintat technischer Direktor bei Ajax Amsterdam. Allerdings ist da die Zusammenarbeit nach vier Monaten im September letzten Jahres beendet worden, nachdem Vorwürfe laut geworden waren, dass es ja rund um die Verpflichtung des ehemaligen Stuttgarters Borna Sossa zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist und die Untersuchung dazu verlief allerdings dann auch im Sande und über die nahende Rückkehr zum BVB gab es ja schon in den vergangenen Monaten von mehreren Sportmedien hin und her ja immer wieder auch Berichte. Und wie ihr sehen könnt, heute eine recht kurze Ausgabe der News-Show, liegt aber jetzt nicht daran, dass es nicht genug News einfach gab, sondern halt einfach in der Länge halt auch, weil es ja diese Woche, weil heute Montag ist vor allem, ist die News-Show ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, je nachdem wie ich das immer hinkriege. Kommen wir zum Wetter und schauen uns mal wieder mal die Warnwetterkarte vom Deutschen Wetterdienst an. Ja, ihr seht es, es ist mal wieder ziemlich gelb, aber ihr seht es halt auch an den Symbolen, falls ihr jetzt nicht sehen könnt, ich vergrößere sie mal ganz kurz. Ihr seht es nämlich, es hat was mit Schnee zu tun. Ja, der April, der macht, was er will, das ist eigentlich so die Überschrift, die wir immer beim Wetter jetzt ja eigentlich geben können, zumindest so lange, bis wir natürlich dann nicht mehr den April haben. Und wie ihr sehen könnt, der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem nämlich im Süden von Bayern, also im Süden Deutschlands, vor allem in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg nämlich vor Glätte. Es besteht nämlich Glättegefahr in den jeweils gelb markierten Bereichen. Frost herrscht im ganzen Land, also da gibt es unter anderem Minustemperaturen von unter, also von 0 bis runter, also 0 Grad minus, so kann ich das sagen. Also gut, wenn es plus 1 wäre, ist es jetzt nicht Frost, aber es ist auch kalt, aber es herrscht natürlich viel Frost. Es kann aber auch, wie gesagt, bei längerem Aufklaren in einzelnen Gebieten sogar auch deutlich runtergehen, fast zweistellig. Und es gibt sogar auch noch Warnung vor Schnee und das gibt es vor allem nämlich dann im Süden des Landes, also vor allem südlich von München, von Augsburg, nämlich gibt es vor allem Warnung vor leichtem Schneefall, bis zu 5 cm Neuschnee kann es geben, aber oberhalb von 1000 Metern, wenn wir näher rangehen an die Alpen, da kann es dann natürlich auch Schneefall von bis zu 10 cm geben. In Staulagen sind sogar 15 cm möglich und das alles dann bis morgen Vormittag, ungefähr morgen Vormittag, Mittag, 10 bis 12 Uhr. Blicken wir auf die Aussichten für heute Nacht. Wie gesagt, im Süden Schneeschauer, sonst bleibt es ziemlich trocken und bewölkt. Die Temperaturen liegen so zum Teil bei minus 1 Grad in Hamburg und bis zu plus 3 Grad an der Ostsee. Morgen dann, am Dienstag, gibt es im Süden dann statt Schnee dann Regen, es bleibt aber auch vorwiegend bewölkt. Die Sonne guckt natürlich vor allem im Großteil des Landes immer wieder mal raus. Die Temperaturen liegen hier so zwischen 4 Grad in Bayern und bis zu 11 Grad, unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Die Aussichten für die kommenden Tage, der Regen kehrt zurück. Am Mittwoch wechselt sich das immer wieder ab. Im Süden bleibt es einfach nur regnerisch 1 bis 7 Grad, sonst die Temperaturen 1 bis 10 Grad. Am Donnerstag eigentlich das gleiche Spielchen. Die Temperaturen gehen da auch ein bisschen rauf, was zumindest in Bayern angeht, auf bis zu maximal 8 Grad. Sonst bleibt es bei 10 Grad. Am Freitag, da sieht es wie gesagt auch nochmal gleich aus. Vor allem dann dreht sich das ja schon am Donnerstag dann im Norden nur noch Regen. Dann im Rest des Landes im Süden dann nur noch Sonne und ein paar Wolken mit dabei. Bei 1 bis 11, sonst 3 bis 13 Grad. Ja. Ich sag es ja, der April, der macht, was er will. So sieht es nämlich aus. Ja. Kommen wir dann zum Wochenplan. Montag ist, es gibt den Wochenplan wie immer hier auf Twitch natürlich bei Update immer montags, beziehungsweise auch mal sonntags, wenn es mal sonntags einen Stream gibt. Ich kann es ja nicht genau sagen. Ist eigentlich die Kamera schief? Ne, ich glaube nicht, ne? Nein, sieht nicht danach aus. Die Tastatur ist immer wieder ein bisschen schief, aber was soll's. Jetzt klicken wir auf den Wochenplan, den ich für euch vorbereitet habe. Selbstverständlich seit heute Mittag ist er auch draußen. Also könnt ihr natürlich auch schon selbst sehen, was es in dieser Woche so gibt. Es ist fast eine normale Woche bis auf Freitag, aber ich erkläre es gleich nämlich. Heute natürlich Update selbstverständlich. Im Anschluss dann gleich Game Boy Time mit einem kleinen Special, wie ihr schon sehen könnt. Mittwoch geht es dann ganz nochmal weiter mit Update und mit Games Live. Und am Freitag, da wird ein bisschen, sagen wir mal, Abschied gefeiert. Denn es ist nicht die letzte Ausgabe der Morning Show für immer, sondern erstmal für die nächsten drei Monate. In dieser Woche, ich sag, werdet es schon dann sehen, wann die Ankündigung nämlich kommt. Denn in dieser Woche läuft die Morning Show zum letzten Mal erstmal für drei Monate. Dann gibt es so eine Art Pause. Das gleiche gilt auch für Games Live um 11 Uhr. Da gibt es dann Sims 4. Und am Wochenende gibt es ja dann auch wieder einen Stream. Am Samstag nämlich gibt es dann Update um 19.45 Uhr. Und dann natürlich Games Live um 20.30 Uhr. Ihr seht, entsprechend gibt es am Freitagabend keinen Stream. Da kann es aber vielleicht sein, dass ich vielleicht spontan um 21 Uhr oder auch gar nicht live komme. Das gleiche gilt auch für den Dienstag oder für den Donnerstag nämlich. Obwohl das, sagen wir mal, beim Donnerstag und beim Freitag eher nicht so sein wird, weil ich bin da auch noch etwas privatmäßig verplant. Also da ist es halt dann ein bisschen schwierig, aber zumindest die planmäßigen Streams sind natürlich auch immer da. Und ihr wisst, ich kündige solche spontanen Streams meist immer so eine halbe Stunde, Stunde, Dreiviertelstunde immer vorher an, wenn ich noch ein bisschen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Vorbereitungszeit brauche, indem ich einfach noch was trinke oder was esse. Gut, was esse ist, glaube ich, eher besser. Mhm. Naja. Und wie gesagt, am Samstag gibt es dann wieder zwei Spiele. Ich habe mich diesmal für Pokémon Smaragd und Tales of Symphonia entschieden, nachdem Tales of Symphonia jetzt ja am Samstag, Freitag letzter Woche jetzt gelaufen ist und dafür dann ja die Primetime ausgefallen ist. Im Übrigen da auch diese Woche eine News auf derchutv.de. Lasst euch euch gespannt sein, was da kommen wird. Wird es nämlich so ablaufen, dass ihr dann natürlich, dass es dann am Freitag halt, wie gesagt, dass jetzt öfters auch mal Tales of Symphonia im Programm nämlich erscheint. Das zum Wochenplan. Und das war es dann auch jetzt so gesehen von Update für heute. Mittwoch dann die nächste Ausgabe der Newsshow. Ihr seht, es geht ziemlich schnell vorbei heute. Ein bisschen bei den Themen habe ich doch noch ein bisschen. Ich habe eher gedacht, ich würde ein bisschen länger für die Themen brauchen, aber es war wohl in diesem Falle nicht so. Deswegen jetzt erstmal eine etwas längere Pause, vielleicht auch kürzere Pause. Ich weiß es auch noch nicht. Und dann gibt es Game Boy Time mit einem kleinen Special nämlich. Und zwar mit diesem Ding hier. Gestern vor 35 Jahren ist es passiert, dass zum ersten Mal der Game Boy verkauft wurde. Nämlich in Japan damals. Also gestern vor 35 Jahren kam der Game Boy auf den Markt. Zumindest in Japan, in Europa natürlich ein Jahr später. Aber 35 Jahre Game Boy kann man auch einfach mal feiern. In diesem Jahr auch 35. Also passt das auch nicht. Deswegen eine etwas längere Game Boy Time Ausgabe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da natürlich gleich dran bleibt. Sonst wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Montagabend, einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns dann hoffentlich am Mittwoch oder vielleicht gleich bei Game Boy Time. Bis dahin. Tschüss und macht's gut. Nein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Thats 째